Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns betrifft, besonders wenn du genau wie ich an Schuppenflechte leidest, und zwar das Thema Magnesium. Warum ist das so wichtig? Da möchte ich jetzt im Detail darauf zu sprechen kommen. Und zwar spielt Magnesium tatsächlich eine zentrale Rolle in über 300 biochemischen Prozessen in unserem Körper. Also an Funktionen, die im Immunsystem vorherrschen und dann aber 300 Stück. Musst du dir vorstellen, es ist daher sehr deutlich nochmal, wie wichtig das ist, das Thema Magnesium. Und es ist nicht nur wichtig für unsere allgemeine Gesundheit, sondern es spielt auch speziell für uns Leute mit Schuppenflechte eine ziemlich wichtige Rolle. Vor allem wegen der Energieproduktion, man sagt auch ATP, das findet in den Mytochondrien statt, das sind so kleine Kraftwerke in unserem Körper, in unseren Muskelzellen. Und dann verbessert es auch die Wirkweise von Vitamin D. Und was viele auch an der Stelle nicht wissen, es ist ziemlich schwierig, den Magnesiumgehalt in deinem Körper richtig zu testen. Und das liegt vor allem daran, weil der größte Teil des Magnesiums, der ist in deiner Zelle gebunden und nicht im Blut. Und die üblichen Bluttests, die man kennt vom Arzt, die geben uns daher ein nicht ganz genaues Bild, also Serum oder Vollblut. Es müsste schon eigentlich eine aufwendige und eine Leistung, die du selbst zahlen müsstest sein. Und zwar eine sogenannte intrazelluläre, hämatokrit-korrelierte Vollblutanalyse. Also intrazellulär, in der Zelle. Und ich habe mal so einen Test gemacht vor ein paar Jahren. Ich habe für so einen Test 750 Euro bezahlt, um wirklich mal alle Werte innerhalb der Zelle zu messen. Und das zahlt die Krankenkasse einfach nicht. Und viele Ärzte erwähnen es vielleicht auch nicht oder zeigen das dann halt dem Patienten und der Patient denkt, ja passt ja alles. Und das ist auch bei Zink und bei Selen ein bisschen ein Problem, weil auch diese beiden Werte, die kommen zu sehr großen Teilen in der Zelle vor. Das mal so nur nebenbei am Rande. Magnesium kommt zu fast 100%, zu ungefähr 99% in der Zelle vor. Jetzt weißt du das auch. Ich komme gleich auf diese verschiedenen Magnesiumarten zu sprechen. Was ich dir aber vorab schon mal sagen kann ist, es ist über die Nahrung ziemlich schwer ausreichend Magnesium aufzunehmen. Es gibt zwar einzelne Lebensmittel oder ich nenne es mal eher Superfoods. Ich will es nicht wirklich direkt ein Lebensmittel nennen. Sowas wie zum Beispiel Chiasamen. Die sind ziemlich reich an Magnesium. Darüber hinaus gibt es aber nicht wirklich Lebensmittel, die eine sehr gute Quelle darstellen für die Aufnahme von Magnesium. Und auch dann ist auch die Frage, wie gut ist deine Darmflora imstande, dieses Magnesium auch zu resorbieren aus der Nahrung. Das wäre dann quasi eine weitere Stolperfalle, mit der man sich beschäftigen muss, wenn man Schuppenflüchte hat. Weil man weiß einfach aus der Erfahrung und ich kann das auch aus eigener Erfahrung als Trainer sagen, in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten. Ich sehe ganz oft in den Darmflora Testergebnissen. Da wird einfach eine Stuhlprobe ins Labor geschickt. Gut, dass es mit der Darmflora nicht ganz vielfältig einhergeht und es noch viele kleine Baustellen gibt, die Entzündungen weiter anschieben und die Symptome der Schuppenflechte immer wieder auch verschlechtern. Das mal so nebenbei. Jetzt aber noch ein anderer Punkt, denn ich will ganz kurz auf die wichtigen Funktionen von Magnesium zu sprechen kommen und wie wichtig das auch ist für uns Leute mit Schuppenflechte. Zum einen hilft dir Magnesium natürlich dabei, deinen Blutdruck zu senken, aber auch Muskelkrämpfen vorzubeugen und auch deine Nerven zu beruhigen. Und tatsächlich auch Migräne, das mal so vielleicht am Rande könnte helfen. Und es ist halt vor allem dieser dauerhaft hohe Blutdruck, der für uns Leute mit Schuppenflechte ein sehr wichtiges Thema darstellt. Weil bedingt durch diese erhöhten Entzündungen, die man nachweisen kann bei Schuppenflechte, da gibt es einfach eine Verbindung zu bestimmten Entzündungen, wie zum Beispiel Interleukin 6. Das ist einfach ein entzündungsfördernder Botenstoff in deinem Immunsystem. Der sorgt indirekt dazu, dass auch dein Blutdruck steigt, weil dein Herz einer dauerhaften Mehrbelastung ausgesetzt ist, weil sich die Arterien mit der Zeit einfach versteifen, weil sich Plaques auch nach innen abbilden können. Also es kommt zu vermehrten, ja ich nenne es mal Calcium-Einlagerungen auch in die Arterien. Das ist ein sehr wichtiges Thema bei uns Leute mit Schuppenflechte. Daher spielt Magnesium auch hier eine ziemlich wichtige Rolle, langfristig gesehen. Und jetzt nochmal wie vorhin erwähnt, es gibt unterschiedliche Magnesiumquellen und die sind tatsächlich nicht alle gleich, vor allem auch was die Wirkweise im Körper angeht, also wie gut es im Körper aufgenommen wird. Magnesiumoxid zum Beispiel ist sehr stark verbreitet, hat aber eine sehr schlechte Aufnahme, also Absorptionsrate im Körper und zwar ungefähr nur 4%. Und das bedeutet einfach, dass die meisten Vorteile, die dadurch wirklich entgehen oder durchgehen, buchstäblich, weil du vieles wieder ausscheidest davon. Und das ist halt besonders ärgerlich, weil genau diese Form von Magnesium, die wird halt sehr oft in Studien verwendet und das führt dann zu diesen gemischten Meinungen über Magnesium. Und das ist dann vielleicht auch mit der Grund, ist aber nur eine Vermutung von mir, dass dein Arzt vielleicht sagt, dass Magnesium nicht viel bringt. Aber das liegt dann eigentlich eher an der schlechten Absorptionsrate von Magnesium, also von der Rate, wie gut es aufgenommen wird. Und an der Stelle kann ich dich auch gleich beruhigen, es gibt natürlich auch trotzdem sehr gute Formen von Magnesium und zwar sowas wie zum Beispiel Magnesiumglycinat. Es gibt auch Hersteller wie ESN zum Beispiel, wovon ich viel beziehe, keine Werbung an der Stelle, ich werde dafür nicht bezahlt, aber es gibt sowas wie zum Beispiel Magnesium bis Glycinat. Und wenn man Glycinat sagt, ist es eigentlich das Gleiche, es ist quasi an die Aminosäure Glycin gebunden und das ist sehr gut aufnehmbar für den Körper. Die Absorptionsrate ist 20 mal höher ungefähr, die liegt bei 80 Prozent und man muss auch hier nicht irgendwie Angst haben wegen Durchfall, Bauchkrämpfen, Übelkeit und so weiter, weil es generell eine Form ist, also Magnesium bis Glycinat, die sehr gut aufnehmbar ist vom Körper, das ist einfach nur mal am Rande. Das heißt, daher die Empfehlung, nimm definitiv Magnesium bis Glycinat, das ist die beste Form von Magnesium und es hilft auch dabei, die Wirkung von Vitamin D in deinem Körper zu verbessern. An der Stelle möchte ich dir gleich nochmal hier zwei Videos einblenden, im Zusammenhang mit dem Thema Magnesium. Zum einen das Thema Zink, weil auch das ein sehr wichtiges Supplement ist für uns Leute mit Schuppenflechte, es zählt zu den persönlichen Top 3, die ich für dich habe. Und dann gibt es noch ein zweites Video und zwar zum Thema Störfaktoren bei der Aufnahme oder Verarbeitung, Bildung von Vitamin D im Körper. Deswegen schau es dir gerne gleich an, um das Thema ein bisschen abzurunden und das war es dann von mir, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Dian.